Herzlich Willkommen bei CSGO! Mit Olli, Robin und Roman! Hallo! So, dann fangen wir einfach mal an. Äh, was nehmen wir? Äh, Terror, okay. Jetzt machen wir sie fertig! Kommt her! Oh! Hast du gesehen? Jetzt machen wir sie fertig, Olli, hier. Wettkampf gemacht. Ich kenn die Map-Matches. Alter, wie lange ich nicht mehr CSGO gezockt hab, Alter. Wahnsinn. Voll ungewohnt zu zocken. Ich kenn die schlecht. König. Ich kenn die auch gut. So, immer die beste Waffe nehmen. Ich hab die Bombe drüber. Ey! Wer bist du? Ey, du bist Gegner-Team. Ich? Was? Ja, warum bin ich nicht bei euch? Oh, der ist getötet. Ich bin doch gar nicht. Scheiße. Wieso seid ihr ein Gegner-Team? Oh, ich hab den Marburger getötet. Achso, ja. Ich hab grad mal geguckt wegen dem Team. Ich dachte ich. Alter, wenn ich ein Gegner-Team wäre, dann hätte ich keine Latte mehr. Dann hätte ich keinen mehr hochbekommen. Nur bei euch krieg ich einen hoch. Kann ich nicht hin. Danke schön, Chris. Bitte schön, Holly. Hey, привет, mein Bratani. Was labert der für Müll? Okay, worum... Wow, 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 was geht ab? 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 Willkommen in YouTube-Germany! Ah, hab ihn! Oh, das ist ja nichts, ey. Ja, Mann. Perfekt. Das gibt es doch nicht! Shit, Alter. Alles so Schwanzlutscher hier. Aber wenigstens hab ich schon einen getötet. Stimmt. Hä? Wo sind meine Eis-Cream-Bars? Meine Eis-Cream-Bars? You Bars! Was? Ach, die! Die labern irgendwas mit Wrestling, Wrestler und... Okay. Now Wrestling, now Wrestling! First-Person-Shooter! Babies! Hey, ich hab die Bombe! Ehhh... You're so straight-Hedge! Bro, that was so cheeky! Ja, kommt! Ey, wir müssen... Warte, ist ein Taktisch vorgehen, Leute! Rammelt doch nicht alles so aus! Hallo! Hallo, warte mal! Oli! Wo bist du? Oli? Komm mal hier! Zurück! Wo bist du? Hier! Hey, wo bist du, Oli? Komm mal hier! Ja, noch... Egal! Äh, ich wär gern auf dich gesprungen und da hochgegangen! Dich bestiegen hier! Ey, ey! Ey, scheiße! Das gibt's doch nicht! Das kann doch nicht sein, wenn da ein Bulle vor der Ecke ist! Eisch! Ja, aber auf dich! Du hast doch ein Bl Missouri-Dies-Dies-Dies-Dies-Dies! Sie sind schr-Dies-Dies-Dies-Dies-Dies-Dies-Dies-Dies-Dies-Dies-Dies-Dies-Dies-Dies! Du bist ja! Es ist so schlecht, Robin! Ich fasse ein Scheiß! Puh Puh Oli, warte mal auf mich kurz Oli, wo bist du? Da. Okay, komm mal hier hinten. Ich will mal auf dich springen und dann da auf dieses Dach, was ich mein. Hier oben, ja. Ah, warte, warte, genau. Hä, es geht doch eigentlich, ne. Ach, das geht nur im Flieger. Achso. Stimmt, das geht hier gar nicht. Wow, wow, wow! Wow, wow, wow! Das geht doch nicht! Ey, Leute, wir müssen in zweier Teams am besten vorangehen. Wie die anderen machen das auch irgendwie. Bisschen taktischer, sonst losen wir ab. Chris, guck dir mal eine geile Tane, Mann. Ja, Mann. Oh, du hast so eine geile weiße Weste. Echt? Und hinten hast du so eine Knarre an deinen Arsch hängen. So richtig geil. Ich shake mal, Chris. Jetzt hüpft. Hüpft wie ein Vogel. Okay. Oli, mach ihn fertig. Ich glaub an dich. Ja. Gib ihm einen Schwanz. Shake, shake. Shake, shake, baby. Und mit Ecke links. Hinter der Tür. Warte, warte. Da kommt er. Genau. War das noch einer? Links, links. Fuck. Ich hab sie eh nicht mehr. Ich hab sie eh nicht mehr weils. Ich hab sie eh nicht mehr weils. Was ist das, was wir durchgehen? Du scheitst! Hier, hier. Wallhack. Ich bin Wallhack. Ich bin Wallhack. Guys, straight edge means I'm better than you. Yeah, straight edge is tight. I don't fuck anyone unless they're skinheaded. Yeah, dude. CM Punk, CM Punk, CM Punk. Wow. Oh, wie druck ich mich nochmal mit C, ne? Oh, halt die Klappe und spiel. Scheiße. Ich hab ihn. Oh man. Oh man. Oh man. Ich mein... Ja, dann. Fuck. No, nein. Nein! Ja? Hast's gesehen. Ich muss wieder üben, ganz ehrlich. Leute! Boah, kann der nicht mal die Klappe halten? Ich sehe einen Punkt. 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 Nein, 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 nein. Fuck! Fuck, Mann! Aber ich habe dich erwischt, ne, Robin? Hä, wo war der? Ja. Ja, da freue ich mich auch. Die kamen auf allen Ecken. Ich versuche mal eure Ecken. Aber ich kann es leider nicht jetzt wollen. Schade. Los. Vor-sicht! Hey! Guck mal, die Prinzessin zu. Du könntest so einen geilen Wallbang geben. Boah, wie kann ich die muten? Äh, rechtsklick auf seinem Namen. Dann blockieren. Ich krieg die grad nicht, find die nicht. Egal. Alle Kommunikation geflockt, die sind echt nervig. Hahaha. Smoke! Put smoke on, ey. Oh my god, oh my god. Oh my god. Boah, fuck. Oh my god. Wala, ich weiß schon woher ist. Egal. Ich krieg die eh nicht mehr rechtzeitig. No, no, no. So, warte mal. Fünf zu zwei. Ja, ne? Schlimm. Warte mal. Warte mal. Boah, heil die Klappe. Warte mal. Du Nazi. Batsache. Wie bucke ich... äh, ducke ich mich noch mal? Ja, SDG, ich war gerade am gucken, da kommt ihr. Mein Gott. Ey, ich hätte auch alle erledigen können sogar, wenn ich aufgepasst hätte. Oh ja. Alle auf einmal, bam bam bam, alle in Kopf, Schuss. Alle, Heardshot. Alle. Träumen weiter, Chris. Wie damals, auch in dem ersten Video. Da war aber wirklich, wie oft ich hintereinander. Weil die alle um die Ecke gekommen sind. Die haben mich nicht gesehen. Neustarten? Ja. Ja. Holy, she has 7 rounds and Maximo kills 6. Damn. Shut the heck up. You guys are noobs, Roman. Hey, shut the heck up, bro. I will send TM Punk on you. Hey, you're noob, man. You're noob. Noob, man. Noob. 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 Nein! Ich brauch' die Waffe, danke. Nein! Alter, ich muss wirklich üben. Links von dir kommt Spy. Alle mit der Wumme in der Hand sind so unterwegs ich bin also ich habe auch da kann man grün wird da will doch bitte hier oben G7 und die G3 und die werte sollen so ein paar Komponenten Lassinger F*** Alter, ich hab Polte aufgehalten! Nein! Ich steh den Nacht der Runde. Was ist ein Hacker? Oh Hacker! Ja, so small, small dick, small dick, ihr habt alle kleine Schwänzein. Alter, so da sind wir. Yeah, herzlichen Glückwunsch, ihr habt gewonnen! So, dann machen wir den Stopp! Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal! Ciao! Oh! Oh, Marblegas! Danke! 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 Danke!